Ich wüsste jetzt trotzdem gerne erstmal noch, was hier unten ist. Bevor ich mich da rechts den Weg lang mache. Ah, hier ist heiß. Okay. Okay, da ist heiß. Au, 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 au. Ei, 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 ei. So. Da komm ich raus. Ich stell mich aber auch an wie ein ganz Großer, ne? Also ich bin echt, wie gesagt, ich glaub, man merkt das schon. Ich bin ein absoluter Metroid-Profi. Ich bin der Beste. Hier ist nicht heiß, obwohl der Hintergrund derselbe ist. Was soll denn das? Was sind das für Gegner? Geht bitte weg von mir. Könnt ihr das mal sein lassen? Bö, 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 bö. Ich glaub, echt, hier werd ich so los. Ich weiß es nicht. Äh, was ist jetzt los? Speedbooster? Speedbooster? Ich muss den ganzen Weg zurück. Ist es das, was ich jetzt verstehe? Ich muss zurück, weil ich hab ja jetzt die Schuhe. Okay. Dann bring ich erstmal hier Tod und Verderben über die Lande. Piep. Die orangene Tür, da komm ich nicht weiter. Komm her. Oh lecker, rodde du. Rodde Nummer zwei. Rodde Nummer drei. Hier komm ich auch nirgendwo weiter. Es muss dann echt da den Sprung hoch sein. In dem anderen Gebiet, Land, Dingsbums. Wo war denn das? War das nicht irgendwo dann in dem roten? Moment, vielleicht komm ich jetzt auch hier hoch. Oder? Ja! Baby! Wir sind wieder im Spiel. Sag ich mal. Oder auch nicht. Doch! Sehr schön. Wir sind sowas von im Spiel. Äh, was? Wieso geht die Tür da nicht auf? Was hab ich über... Uh, da unten geht's weiter. So, hier geht's weiter. Den hatte ich total vergessen, den Gang. Oh, Mantisviecher! Ihr wollt meinen Arsch. Meinen wunderschönen Arsch. Den könnt ihr aber gerne... Nein, könnt ihr nicht. Da geht's rein, oder? Hier unten. Ja! Okay, manchmal muss man echt einfach nur suchen. Denn wer suchet, der findet. Aber das ist auch nur ein Speicherpunkt. Hä? Was hab ich jetzt übersehen? Oh Gott, die Mantisviecher leben doch jetzt wieder, ne? Hier ist was. Sie leben wirklich! Wie komm ich da hoch? Keine Ahnung. Äh... Gut, wir schreiben... Das wollte ich nicht. Wir schreiben das Gebiet mal noch ab, weil ich's nicht verstehe. Und machen uns auf den Weg nach... Nach woanders. Nach da! Wie gesagt, das... Alter, ihr tut mir weh! Lass das mal! So. Äh, es gibt, wie gesagt, immer noch das Gebiet im Roten, wo ich hochspringen kann. Was mir bestimmt auch irgendwie was bringt. Haha! Ich komm nicht zurück. Ähm... Heißt das, ich muss jetzt so lange an euch farmen, bis ich ne Supermessel bekomme? Ich mein, das kann's ja nicht sein. Irgendwas überseh' ich da. Irgendwas... Muss ich übersehen. Irgendwas Wichtiges muss ich übersehen. Ganz einfach. Und... Ich darf euch wieder töten. Na, Freude. Yippie. Juhu. Hey. Zumindest gebt ihr mir die Raketen wieder raus, die ich in euch reinstecke. Da! Das sah schon so verdächtig aus, aber ich war mir nicht sicher. Meine Güte. Äh, genau. Gegen euch muss ich die Raketen benutzen, weil er alles andere blockt. Beziehungsweise... Ups. Oh, ich hab meine einzige Superrakete verschossen. Ich bin so ein Idiot. Kann ich vielleicht... Aber wer schießt denn da auf mich? Wer tut sowas? What the fuck? Go... Away. Blocks? Hättest du die Güte? Danke. Oh, Superraketen. Oh, Superraketen. Oh, das war ein Miniboss. Ich könnte jetzt theoretisch zurückgehen, weil ich hier echt ein wenig Angst habe. Oder aber, ich bringe euch echt die Hölle auf Erden. Oh, Heilung. Ja. Energy Recharge. Missile Recharge. Perfekt. Ich muss der Sache aber nochmal nachgehen. Ich will das jetzt in dem Raum hier einmal überprüfen. Ob es vielleicht trotzdem noch ein Item gibt. Weil für mich dieser... Gelb... Weiße Punkt irgendwie... Ich kann mir vorstellen, dass der mehr bedeutet. Dass da mehr hinter steckt. Aber... Oh! Mario-Röhren. Was ist hier los? Oh, das ist so eine Boss-Tür, ne? Ja, das ist so eine Boss-Tür. Denn euch muss ich Raketen reinjagen. Blinzel. 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 So, das heißt, hier habe ich jetzt... Oh, Gott. Oh, fuck. Nein. 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 Okay, ich kann nur, wenn dein Maul auf ist. Nö, es geht hoch. Es ging aber schnell für eine zweite Phase. Äh. Ja, komm, mach dein Maul auf. Okay, ich krieg... Ich krieg nur eine rein. Bin mir sicher, es sind auch zwei machbar. Ich bin... Am Arsch. Hüps. Nö, super Rakete. Ich probier's echt mit denen. Glaub ich. Ich glaub, das ist besser. Ja, komm, mach dein Maul auf. Mach A. Ah. Ah. Würdest du bitte... Ah. Dann macht er das nicht nur auf, wenn ich eh schon drauf schieße? Ja, jetzt hat es aufgemacht. Okay. Mach's auf. Perfekt. Mach's auf. Mach's auf. Perfekt. Du elendes Mistviech. Nicht mit mir hier, ne? Ich bin die Große. Ich bin die Samus. Du bist... Du bist tot. War das nicht... Crate? Oder wie der hieß? Was ist das denn? Very Astute. Uh. Schön. Damit können wir... Glaub ich, in die Hitze rein. Werden mich nicht alles täuschen. Und das ist auch so der Anzug, mit dem sie ja dann bekannt geworden ist. Zumindest farbgeblich. Ist das so der typische Anzug, den man sieht? Hüpf. Hüpf. Verschwindet. Ihr Ollen Mistkrücken. Du bist tot. Ich mag das mit dem Charge-Dingen. Das ist cool. Du wieder. Du wieder. Nein. So mögest du einfach brutalst verrecken. Genau. Wie. Ihr. Nein, nein. Bye, bye. Ups. Ich lerne es nie. Glaube ich. Wow. Sogar einen erwischt. äh, stirbt Mantis. Mantis, Mantis. Mantis, Mantis, Mantis. Der Mantis hier. Mit Mantis. So ein Scheiß. Oh, die Tür geht auf. Dann musste ich dafür einfach den Boss töten. Schön. 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 Nicht so schön. Nicht so schön. Nicht so schön. Geht bitte weg. Geht bitte von mir. Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Meine Fresse. Bist du nervig. Geh weg. Was kriege ich dafür jetzt? Hallo? Das kann doch jetzt echt nicht alles gewesen sein. Da. E-Tank. 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 Wie auch immer der da hingekommen ist. Aber das ist mir egal. Danke. Schön. Auf. 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 Nach Adventure Town. Rein da. Schnell, 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 schnell. Und hier weg. Da hoch. Mit einer Rakete. Das aufmachen. Dann da rüber. Da komme ich nicht weiter. Aber hier links. Epa. Aus dem Wassergebiet raus. Aus dem Wassergebiet raus. Aus dem Wassergebiet raus. Ich wiederhole mich gerade irgendwie. Aber was soll's. Und hier kommen wir dann. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hallo? Lass mich in Ruhe. Ich komme hier. Kam ich hier nicht auch vorher schon hoch? Ja. Gut, hier verstehe ich immer noch nicht, was von mir verlangt wird. Aber was soll's. Mit dir möchte ich nicht. Halt! Sekunde! Sekunde! Ich sehe es gerade. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich bin so blind, ne? Peng. Peng. Jeppa. So, der große Secret Finder, Secret Mero, hat wieder Kon zugeschlagen und ist einfach mal verkackt. Roll, 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 roll. Roll, 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 roll. Perfekt. Ein weiteres Geheimnis geht an mich. Und zwar in diesem Fall ein Item. Und zwar ein... Der Spacer. War das jetzt nicht, dass ich mehrere Schüsse abgebe oder so? War das das? Ja! Der Spacer! Womm! Sehr schön. Es geht voran, Kinder! Es geht so voran! Äh... Lass mich mal hier runter. Wups! 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 Raus! Ähm... Gibt es der Schuss einfach jetzt stärker? Oder... Oder noch mehr? Ich bin mir nicht sicher. Okay, da geht's nicht rein. Ähm... Hier will ich auf jeden Fall... Wie komme ich jetzt hier hoch? Mein Plan war es jetzt, dass ich da hochkomme. Aber irgendwie... Wo soll ich denn jetzt sonst weiter? Moment mal! Ich gebe jetzt mal wieder... um Setzine... Ich gebe dir Investment Site... Ach... Kann ich bin... Für mich auch Пfeife... Ja... Ich... Żebe... WIEf W Oct